3 Eugen, Chris und Matze sind dabei. Wir spielen Team Deathmatch und hoffentlich gewinnen wir mal. Die vorherigen Runden haben wir die ganze Zeit nicht gewonnen. Was machst du? Sniper! Ja und ne Drakon auch noch. Ja wahrscheinlich, da war noch einer, ich hab den gar nicht gesehen. Wodka. Wodka war da keiner. Warum nicht? Hätten wir den geholt. W-w-wodka. W-w-w-wodka. W-w-wodka jetzt. Oh, Schockladung. Und dann war noch Springladung. Der Peller war ne Spakuladung. Spakuladung? Ja, wahrscheinlich. Ich hörte nur Drakon. Oh fuck. Bisschen ja, ne? Kann das? Ja, minimal irgendwas ist hier ein bisschen, ey. Junge, voll schlecht die Runde. Oh, ich hab irgendwas minimal schief gelaufen, ey. Hm? Oh Gott, oh, Nutte! Ist ein Augenklatschen. Hätter hinter dir. Ich weiß, ich seh den. Deswegen versteck ich mich gerade, um mich auch wieder zu regenerieren. Ja wahrscheinlich, Mann. Kannst du aufhören, die ganze Zeit ja wahrscheinlich zu sagen? Nein. Sehr männlich. Sehr männlich, genau. Einzige, was hier männlich ist, bin ich. Naja. Das bezweifle ich gerade mal. Oh, Wodka! Sind alle nachgeladen? Und tot. Wir haben alle drei gleichzeitig nachgeladen. Tot. Nein, proben! Wundert euch nicht, wir sind alle erkältet, außer Eugen und Chris. Ich bin nicht erkältet. Du bist auch ein Rutschein. Dein Bart fängt alle deine, äh, die Krankheiten alle auf. Ich hab gar keinen, aber egal. Dein Bart fängt die Krankheiten auf und dann... Verstehst du? Dein Bart fängt das auf, dass du nicht krank werden kannst. Ja. Ich weiß zwar nicht, was du geraucht hast, aber nein. Und Chris lacht sich nur kaputt. Steht doch jetzt mal! Ja, wahrscheinlich fliegst du durch meine Flamme und kriegst nicht mal ein bisschen Schaden, oder was? Dein Gesicht, ey. Ich finde diese Leute krass, aber die so viel Glück haben. Special. Special B.I.P. Oh, ja. Musst du den unten Kopf? Danke, egal. Irgendjemand hat den weggerotzt. Ich hab den weggerotzt. Ach, du spielst Elektro-Typen, oder was? Hä? Spielst Elektro-Typen, oder was? Ja. Ich spiel Profit gerade. So, muss ich auch mal ausprobieren wieder. Die kommen noch hier raus. Jetzt zu uns. Mein Gott. Weißt du, an wen der Typ mich erinnert an Lucius von League of Legends? Ein bisschen. Ein scheiß Ernst? Ja, ist wirklich so. Ja, einen hab ich auch noch gekriegt, von denen. Da ist ein, danke. Das von meiner. Ich mach das, ja. Ihr habt die richtig gesehen. Von weiter bis geholt. Ach, jetzt komm. Mahlzeit. Neu ich bei dir. Sehr männlich. Sehr männlich, sehr männlich. Und das ist der Shake gewesen. Sehr männlich. Entschuldigung, Mats, du musst ja sagen, sehr weiblich. Wurde gar nicht sagen. Mats ist doch nicht die weibliche Version, oder nicht? Ja. Ja. Junge, da sind vier Leute angeblich oben. Wuhu, wuhu, wuhu. Alle meins. Wuhu. Da steht der. Oh, nice. Geht doch. Peter, die hat mich aber schon bearbeitet. Was? Das wird bearbeitet? Das hört sich an auch scheiße. Von hinten da ist einer. Ja, das hört sich an, ey. Der hat wem bearbeitet? Dann Johnny. Ja, wahrscheinlich. Johnny ist nicht dabei, oder? Nee. Oh, Johnny. Warum hast du mich verlassen? Mann, alter. Dann lass uns. Guck mal, was ich habe. Wunderschön. Boah, da vorne stehen drei Stück. Wo? Äh, in dieser, an dieser Rampe, da. Ja, die haben mich gerade getötet, ey. Ja, toll, ey. Ey, der ist selber raus unterwegs. Ja, ich hab den. Ernsthaft? Ja. Voll geil. Alter, 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 Alter. Ach. 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 Zerbrus zerstört alles. Ich könnte mal aufhören, euch gegenseitig abzuschießen. Danke. Ne, was ist denn los? Mein Zerbrus jagt. Oh, der ist ja kaputt. Der Zerbrus wurde gerade in die Luft gejagt. Da ist einer drinnen. Ich weiß, danke. Wegen dem wurde ich erschossen. Ja. Ich hab's dir gesagt. Du hast es gesagt, dass ihr mich schon tot war. Nein, bei mir warst du noch nicht tot. Eigentlich sichtbar tot. Vorsicht bei der Ress einer. Ach, ey, danke. War ich schon tot. Nein, warst du noch nicht. Doch. Nein, von hinten. Nein. Stehst du da drauf von hinten. Naja, total. Fuck it, fuck it. Mein E-Knopf nicht unter Kontrolle gerade. Ja, ja. Merk ich. Mein E- und Q-Knopf und V-Knopf auch nicht, ey. Geh mir nicht auf den Sack, du Pizzer. Junge, ich hab grad 14, äh, 13, 8, ne. Und ich stehe 13, 3, äh, 14, 13, ey. Ja, und ich bin trotzdem... Nein. Ja, leck mich, Leute. Wir müssen noch 5 Kills machen, Jungs. Verkackt das nicht. Wupp. 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 Danke, meiner. Wuhu. Wupp. Ha-ha-ha-ha. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hm, ja. Die Macht möge mit dir sein. Da hab ich den gesehen, da ist einer gestorben gerade von uns, und dann... Voll schlecht, Broberg. Nein, voll nicht. Lackshot! Dein Lackshot ist gleich in dein Gesicht, mal. Wollt 16, Alter. Der ist der 9.16. Junge. Ne, ja. Der ist der 9.16. Ja, läuft doch bei denen. Rottim ist nur der Richtige. Ja, 4L. Ja, läuft doch. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertungen dalassen und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, abonniert. Tschüss.